Sehr, sehr merkwürdig. So, hier noch lang, entlang, äh, quetschen, weiß auch eh nicht. Ach, das läuft alles so schön gerade. Zick, 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 da rüber. Oh, 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 okay, das war knapp. Okay. Oh mein Gott, wo bin ich hier eigentlich? Regnet hier wie aus Eimern. Nicht, dass ich hier noch eine Lungenentzündung holte. Irgendwo Pipelines mitten in nirgendwo. Was mache ich hier eigentlich? Fragen über Fragen über Fragen. Hm, jung. Geht doch. Aha. Hier sollte mal gewartet werden. Das ist total durchgerustet. Das ist nicht lustig. So. Okay. Ich bin hier schon wieder drin. Irgendwo. Das ist eine Kette. Rutschen wir da, ran mal runter. Nein! Was mache ich denn? Das ist eine Kette. Oh, ich... Puh, zum Glück dürfen wir hier wieder starten. Irgendwie... fällt unser kleiner Freund direkt auf hier. In dieser grau-braune Umgebung. Heh. Das war's gut bei mir. So. Wo? Okay. Gehen wir hier lang. Ah, ein bisschen suchen. Ein bisschen... Rumlaufen. Rumraufen. Das ist... Keine gute Idee. Was soll ich sagen? Das war sehr, sehr dumm von mir. Ich hab einfach losgelassen. Wieso hast du losgelassen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Boah. Heilige Maria Mutter. Geheilig werde dein Name. Tack, tack, tack. Zack. Hoch. Okay. Was ist hier? Nichts. Nichts. Rein. Gar. Nichts. Oh. Okay. Wie komme ich denn da dran? Wie komme ich da dran? Überlegen. Überlegen. Hoch. T daran. Wenn er sich nicht festhalten. Aha. Verstehe ich noch nicht, aber na gut. Mal hier auf die Seite. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Zack. Da ist schon mal nichts mehr. Gut zu wissen. Vielleicht hier oben. Ja, da kann ich schon mal hoch. Das ist sehr schön. Was mache ich hier eigentlich? Aha. Ich kann die Kette bewegen. Was soll das denn gut sein? Verstehe ich nicht. Gut. Ich schiebe es hier einfach mal darüber. Mal schauen. Ich muss ja auch irgendwie drankommen an die Kette. Gut. Und was nun? Aha. Eine Leiter. Ich muss wahrscheinlich ganz nach unten. Oh, jetzt zoomt die Kamera auch noch raus. Das ist gar nicht gut. Nee, war das wirklich jetzt so schlau nach unten zu gehen? Was soll ich denn hier unten? Gucken. Also hier unten ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Was mir weiterhelfen könnte. An der Stelle mache ich auch mal einen kleinen Schnitt. Gleich.